Jo Leute, bevor das Video losgeht, wollte ich nur mal kurz hinweisen, dass ich jetzt auch einen eigenen Kanal habe, auf dem zum Beispiel Plugins, Programmiervideos kommen, Tutorials und so weiter. Das heißt, wenn ihr Plugins programmieren lernen wollt, Developer werden wollt, so wie ich, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal, da kommen jetzt Videos. Eins Video müsste schon online sein, wenn dieses Video online ist, das heißt, das erste Programmiervideo sollte schon online sein, mindestens einmal in der Woche kommt ein Video dazu, wahrscheinlich irgendwann am Wochenende. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn ihr keine Tutorials mehr verpassen wollt und ja, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung, einfach mal reinchecken und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, herzlich willkommen! Okay, Floix, bitte nicht immer so komplett zerstörte Videoansagen. Nein, Leute, erstmal herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal, wie der Floix gerade eben schon vor dem Intro gesagt hat. Denkt dran, unten ist ein Kanal, checkt den auf jeden Fall mal aus, guckt euch dieses Tutorial-Video an, wenn ihr Plugins programmieren lernen wollt. Da folgen auch noch andere Tutorials und so weiter, also wenn ihr so Sachen sehen wollt, schaut auf jeden Fall mal da rein. Und ja Leute, das Video müsste heißen, zwei Jahre im meinsoh.net Team, die Story, was weiß ich und irgendwas mit Programmieren vielleicht noch, kann sein, ich weiß noch nicht genau den Titel, die kann mich noch nicht entscheiden. Ihr könnt ja mal Vorschläge unten reinschreiben. Ja und Leute, ich habe vor ungefähr einem Jahr, circa vor einem Jahr, ein Video geladen, das ist auch in der Videobeschreibung oder jetzt hier oben glaube ich in der Infocard auch verlinkt, das nennt sich ein Jahr im meinsoh.net Team. So bin ich ins Team gekommen, Flöx HD und in diesem Video habe ich erklärt, wie ich ins Team gekommen bin, wie mein erstes meinsoh.net Jahr war Leute und jetzt ist es soweit. Damals, also nicht ganz, natürlich, ihr müsst davon ausgehen, ich bin schon vor meinsoh.net mit Flotastisch im Flotastisch.net Team gewesen, deswegen sind es jetzt schon über zwei Jahre. Meinsoh, also meinsoh wurde ja glaube ich irgendwie, ich weiß gerade nicht, irgendwann am 8.9. oder so, ja am 8.9. glaube ich eröffnet und ja also offiziell von der Seite aus bin ich natürlich noch keine zwei Jahre, aber von der Seite des Teams, wie lange es das meinsoh.net Team im Prinzip schon gibt und wie lange ich mit Flotastisch schon an diesem Server arbeite, das sind schon über zwei Jahre Leute und deswegen, das ist der Anlass auch dieses Videos, warum ich dieses Video aufnehme und zwar möchte ich einfach jetzt über mein letztes Jahr reden, also oder beziehungsweise über die zwei Jahre meinsoh.net, zwei Jahre muss man sich erstmal mal vorstellen, das sind, das sind einfach über 700 Tage und über bestimmt, hier seht ihr es ja auch gerade, ich habe bald die 1000 Stunden Onlinezeit, ihr müsst natürlich noch beachten, dass ich sehr viel auch noch Onlinezeit auf dem Dev-Netzwerk habe, nämlich meises.net hat auch ein Dev-Netzwerk, auf dem wir im Prinzip unsere Plugins testen, das heißt, das ist im Prinzip eine Kopie von dem Hauptnetzwerk, nur nicht ganz so groß und darauf testen wir halt alles, das hat eigentlich jeder Server, Gomme und so weiter haben sowas auch, ähm, das heißt, darauf werden die Plugins getestet und auf Herz und Nieren überprüft, Bugs behoben und so weiter auf diesem Netzwerk und dann werden sie halt auf das Live-Netzwerk, also auf das Netzwerk, wo wir gerade drauf sind, ähm, draufgezogen. Und in meinem letzten Jahr, also wer, wer noch wissen will, was davor war, alles, der guckt sich auf jeden Fall mal das Video an, was wie gesagt hier oben in der Infobox verlinkt ist, das heißt, guckt euch das auf jeden Fall an, wenn ihr wissen wollt, wie ich ins Team gekommen bin und so weiter, ähm, aber dieses Video dreht sich speziell jetzt um die Zeit nach diesem Video, ähm, was alles passiert ist und ja, da würde ich mal ein bisschen heute drauf eingehen, ähm, ja, einmal natürlich hat sich, wie gesagt, wenn man mal, ich weiß nicht, es kann sein, dass ich öfter mal Screenshots einblende, wenn ich noch welche finde, natürlich hat sich die Lobby wieder verändert, Leute, die Lobby hat sich immer verändert, es gab eine Weihnachtslobby, es gab, äh, eine Halloweenlobby, ähm, es wird jetzt auch bald, glaube ich, wieder eine neue Lobby geben, wenn dann irgendwann, ähm, die nächsten Events so anstehen, Leute, wisst ihr Bescheid. Und ja, die Lobby hier wurde ja auch wieder geupdatet, es gibt ganz viele neue Spielmodi in diesem Jahr, aber Leute, viele haben mich auch gefragt, was hast du eigentlich programmiert, weil die letzten Spielmodi, wie die meisten es wissen, wurden eigentlich nicht so wirklich von mir programmiert, das heißt, das meiste war entweder von DevTastish, der jetzt übrigens auch zum Admin geworden ist, an der Stelle könnt ihr gerne auch alle mal herzlichen Glückwunsch ihm im Forum oder irgendwo anders auf Twitter schreiben, ähm, warum ich nicht Admin geworden bin, kann ich kurz, ganz kurz auch drauf eingehen, ähm, ist ganz einfach, dass ich quasi, ähm, im Moment leider nicht so die Zeit dafür hab und, ähm, DevTastish einfach im Moment, ja, er ist einfach gerade die bessere oder ist auf jeden Fall die bessere Person dafür, ähm, deswegen, Leute, im Leben geht's auch nicht darum, ob man was für einen Rang man hat und, äh, nur weil ich jetzt länger im Team bin oder so, dass ich dann automatisch Admin bekomme und so weiter, also, darum geht's wirklich nicht und, äh, ja, das wollte ich auch nochmal kurz ansprechen, aber weiter im Kontext, ja, ich hab tatsächlich wirklich eigentlich, ähm, in der letzten Zeit nicht wirklich so einen eigenen Spielmodi neu, äh, gehabt und geschrieben, sondern, wir, ich und, äh, DevTastish haben letztens mal ein Video gemacht, wo wir schon etwas angesprochen haben und da möchte ich nochmal aufgreifen und zwar habe ich die letzten mehreren Monate sogar, ich glaube, es waren insgesamt acht Monate oder so, habe ich einerseits nicht so ganz viel gemacht, das liegt einfach daran, Leute, wenn ihr, wenn ihr über mehrere Jahre jeden Tag nichts anderes macht als, äh, programmieren und so weiter, dann wird das irgendwann zu langweilig, deswegen habe ich mir an manchen Stellen, äh, ein paar Pausen, äh, geholt und ein bisschen langsamer gearbeitet als sonst, aber was das Ergebnis jetzt ist, ist, dass, ähm, wir, wie in dem Video schon angesprochen haben, eine API geschrieben haben, ähm, etwas, was quasi uns, äh, es sehr, was, ja, ähm, was es uns sehr cool macht, ähm, neue Spielmodi zu schreiben und so weiter und, äh, ja, es gibt jetzt auch schon Updates, zum Beispiel QSG wurde jetzt auch schon geupdatet, ähm, auch mit dieser neuen API, das heißt, dass, das funktioniert einfach jetzt schon richtig cool und an der Stelle war es wirklich, es waren halt wirklich, natürlich hätte man es vielleicht auch schneller geschafft, aber es waren halt wirklich sehr viele Monate Arbeit, dieses ganze Teil zu schreiben, dieser API und genau das habe ich halt auch größtenteils im letzten Jahr gemacht, es kamen natürlich auch viele, ähm, Fehler, also Bugs, die ich behoben habe und, ähm, ja, da kommen wir direkt zum nächsten Punkt und zwar die Ereignisse, die wir natürlich in diesem letzten Jahr, die ich in diesem letzten Jahr erleben durfte, die ich erlebt habe und das sind, äh, eine ordentliche Menge, sagen wir es so, ähm, es gibt natürlich einmal die Seite der negativen Ereignisse, der doofen Ereignisse, ähm, das sind zum Beispiel so Sachen, wie wenn ein Fehler auftritt, der einfach große Konsequenzen hat, Leute, ihr müsst mal wissen, wenn man halt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fehler irgendwo einbaue, zum Beispiel in das Coin-System, wie wir es vor ein paar Tagen hatten, ähm, dann ist dieser Fehler auswirkend auf alles, ja, also wenn er, wenn er auf dem Hauptserver ist, können der drunter Spieler leiden und das wollen wir dann, versuchen wir immer möglichst zu vermeiden, aber ganz, wir sind natürlich Menschen, Menschen machen Fehler und deswegen passiert es halt, dass es zu Fehlern kommt und wir gezwungen sind, dann zum Beispiel diese Fehler so zu beheben, aber es trotzdem zum Beispiel mal passiert, dass Spieler darunter leiden müssen, denen wir natürlich auch Entschädigungen dann geben, aber das sind halt zum Beispiel negative Sachen, wo man sich selber natürlich drauf überaufregt, weil wir programmieren das für euch, Flutastisch programmiert, äh, nicht programmiert, sondern Flutastisch, also der Owner, der setzt sich mit uns Entwicklern zusammen, um für euch einen geilen Spielmodi zu machen, einen geilen Server und Bugs zu beheben und genau das sind halt so Sachen, wo es dann natürlich doof ist, wenn ein Fehler kommt und du nicht genau weißt, was du gerade, wie du den am besten behebst und so weiter, das sind dann so Sachen, wo, ähm, ja, die halt wirklich doof sind. Ja, ich gebe mal ganz kurz hier in den Spielmodi rein, also das sind wirklich so Sachen, wo halt das Ganze relativ, äh, doof ist, ähm, was natürlich aber den am meisten Überhand nimmt, ist es wirklich, in einem Team zu arbeiten, ja, also im Mindsucht-Team zu sein, mit Leuten zu arbeiten, die die gleichen Interessen wie du haben, mit Developern zu arbeiten, die, ähm, auch für Mindsucht.net, für euch Spieler, äh, und für sich natürlich, um, äh, Wissen zu, äh, äh, ereignen, ähm, die programmieren da, die sich hinsetzen und, ähm, ja, natürlich ein cooles Team haben, ein Team, wo man in den Channel kommt und man freut sich, man geht mit diesen Leuten auf einem Server spielen und so weiter, das sind natürlich ja Ereignisse oder Sachen, die dann einfach mega cool sind, weil du, du, du gehst online und da freuen sich welche, wenn du da bist, du, du hast Leute, mit denen du über Minecraft reden kannst, über, oder über andere Spiele und das ist halt einfach so ein, eine richtig coole Sache in so einem Team und das machen diese zwei Jahre überhaupt möglich, dass man zwei Jahre wirklich, ähm, sich hinsetzen kann, sich, weil man jeden Tag, äh, was Neues erlebt, jeden Tag neue Leute trifft und das ist halt wirklich, äh, einfach richtig cool. Dann kommen dazu natürlich noch Ereignisse, die Mindsucht.net gefeiert hat, ja, die, also der Server, das Server-Netzwerk gefeiert hat. Wenn wir zum Beispiel ein Spielmodi hochgezogen haben, ja, an dem man vielleicht mitgearbeitet hat oder den ein, äh, Developer-Kollegen von einem geschrieben hat und dann ganz viele Leute da drauf joinen und man sieht, dass es funktioniert oder man selber ein Update drauf zieht, wo ein Fehler behoben wurde, dann ist das einfach cool, wenn man sieht, die Leute freuen sich, das, äh, es klappt gerade wieder. Und natürlich auch, wenn wir Slots-Zahlen ereignen. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie viele, ähm, Spieler wir vor einem Jahr oder so hatten, vielleicht blende ich da gerade noch ein paar Bilder ein, wenn ich noch welche finde, aber, ähm, ja. Mittlerweile haben wir tatsächlich schon einmal 2000, fast 2900 Spieler oder so gehabt und das ist einfach eine Riesenzahl, die man als Minecraft-Netzwerk, die man erreicht hat und du bist einfach, also ich jetzt, bin halt von Anfang an dabei, seit der ersten, seit dem ersten Spieler, seit dem ersten Mal, wo nur ein Spieler online war, seit dem Mal bin ich dabei und, ähm, das, das, dieses Gefühl ist halt einfach auch richtig cool und wenn man dann ein Jahr zurückschaut und guckt, da hatten wir so und so viele Spieler und jetzt haben wir so und so viele Spieler und wir haben uns gesteigert, wir haben mehr erreicht, das ist halt einfach eine Sache, die, die ist mega cool. Ja, und zu guter Letzt, ähm, ich bin jetzt nicht wirklich zum Spielen gekommen, aber zu guter Letzt will ich noch einen Punkt ansprechen, der, wo ich einfach mal Danke sagen wollte, an, einfach alle, an, an dieses Jahr, ein Jahr Mainz.net, jetzt zurück und natürlich an die zwei Jahre auch, das, an die Teammitglieder, ja, die Leute, die mich begleitet haben, die da waren, wenn man Probleme hat, die einem den Tag versüßern, wenn man gerade mit irgendjemandem Streit hatte oder wenn man gerade einen schlechten Tag zu Hause hatte, an diese Leute und auch an Flotastisch und natürlich auch an die anderen Developer, an die Admins, die einen, äh, die mit allen Sachen besprechen, die für einen da sind, wenn man, äh, Probleme hat oder sowas. An die alle Menschen, die dieses Projekt, diesen Verein, dieses Team möglich machen, an die einfach mal ein mega Dankeschön, weil ohne euch gäbe es diesen Server nicht und ohne euch würde, es, würde ich niemals zwei Jahre es im Team aushalten würden und ohne euch, ähm, wäre natürlich dieses Team auch gar nicht möglich. Das heißt, jeder, der vom Mainz.team das gerade guckt, jeder, der vielleicht in seinem eigenen Team ist oder ein eigenes Server-Team hat, Danke sagen an dieser Stelle an die Leute, die sowas möglich machen, die so coole Gemeinschaften möglich machen und das, ähm, dadurch machen diese zwei Jahre Meinsucht.net mir heute auch immer noch Spaß und ich hoffe, euch hat dieses kleine Meinungsvideo mal gefallen. Äh, wenn ihr den Channel noch nicht abonniert habt, dann tut das jetzt und lasst einen Daumen nach oben da und denkt dran, den Florex Erklärt Channel, äh, zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt und jetzt haut rein, Leute und noch einen schönen Tag und ciao, ciao. Boah, ich weiß gar nicht. Leute, konntet ihr das angucken? Wer hat bis zum Ende jetzt angeguckt? Schreibt mal unten rein.